Uuuuuhh Ja hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Singleplayer. Ich muss auf jeden Fall mehr essen. So, jetzt... Jetzt geht's hier los. Boah. Ich hab bis so ein bisschen Angst hab ich. So ein bisschen Angst hab ich. Ich glaub, das ist auch berechtigt, weil jetzt... Jetzt geht's hier los mit den großen Sachen. Ich hab Zeit ver... Was? Na ha. Das ist alles wieder... Ohhhh... So, das... Das soll das funktionieren, aber... Oh, Mann. Ich darf jetzt wirklich alles wieder abbauen. Also, die Seite kann stehen. Nein, ich muss wirklich alles... Ein Block kann ich lassen. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Dort wird zu. Zack, zack, zack. Und jetzt darf das auch wieder abgebaut werden. Oh, Mann. Oh, Mann. Toll, so. Jetzt. Dort nicht. Dort. Ja, genau. So. Weg. Hör auf, so lecken. So, so. So, 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 so. So, 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 so. Ich hab's. Ich hab' ne Lederbutter. Tschüssi. Ruch. Ich bin direkt auf so'n Fest im Traum ausgefahren. Ist schon böse Kreaturen. Also ich geh' lieber erst mal zurück. So. So, und jetzt. Okay. Jetzt wird wirklich alles abgelegt, was ich nicht brauch. Doch, ich brauche. Diese Schaufel nehme ich mit. Die Tür setz ich wieder hin. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Ach, Fackeln. Weiß ich nicht, ob wir jetzt reichen haben. Ja, versteck schon. Ich will auch nicht so weit gehen. Ich hab' nicht immer auf das Portal, wenn er gleich wieder zu Hause ist. Schon mal gut. Aber ja, hab' gerade kein Essen. Burgenmilch mit. Gut, ich hab' noch Knochenmehl. Äh, Knochen. Kann ich mir noch ein bisschen Knochenmehl draus machen? So. Gut. Vielleicht krieg' ich noch ein Brot zusammen. So, also das. Eins. Zwei. Drei. Vier. Okay. So. Gut, ich hab' ja noch ein bisschen Weizen. Sechs Weizen. Kann ich genau zwei Brote machen. Das wird wohl hoffentlich reichen. Hä? Oh Gott, 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 oh Gott. Gleich geht's in den Nether, Alter. Oh mein Gott. Zwei Brote, so. Okay, jetzt alles rein. Zack. Oh, vier Pfeile. Das ist so wenig. So, Erde. Nehm' ich viel mit Erde, nehm' ich ein Stick mit. Warte, ich mach das von der Soziierung so. Zack. Schwert. Okay, es geht los. Hey, wo sind meine Brote? Hab ich die da reingepackt? Bin ich dumm? Okay. Hier Pfeile muss ich merken. Zack, so, okay. Jetzt. Jetzt los. Oh Gott. Okay, 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 ich bin im Nether. Okay, gut, das Zeug hier. Okay, wie ist das gleich. Ja, kleiner nether Stein. Braucht man zwar nicht unbedingt, aber es sieht halt geil aus. Und es brennt halt ewig. Für den Kamin und so ist das geil. Zombie Pigment Stone. Und es hat genau da drauf gespawnt. Oh, ich kann da durchgehen. Komm doch her. Das ist ein neuer Mob. Weil das sieht so episch aus. So, da. Oh nee, ja nie. Lieber nicht. Lieber nicht. Ich kann mich ja hier durchspannen. Ich höre einen Gast. Irgendwo. So frisch ist es. Oder ist es nicht tief. Okay, los, los, los. Netter Quarz. Das ist maurig. Damit es einfach nur geil aussieht. Nein, sind wir so weit runtergeflogen. Ich höre lauter böse Dinge. Äh, ich höre lauter böse Dinge. Warum ist der böse auf mich? Ich habe mir gar nichts getan. Ich würde nur sagen, das war ein Gast. Oh, das heißt gerade in der Musik? Gott. Machen wir mal kurz. Einen Trick weiter. Nein, das ist nicht in der Musik. Da ist ein Gast, da ist ein Gast, da ist ein Gast. Los, weg, 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 weg. Oh, ich bin da weg. Nein, der hat einfach mal gepolt, dieser Spust. Puh. Netter Quarz. Zuck, 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 zuck. Was mache ich aus dem eigentlich? Hm, weiß nicht. Ich hätte nicht irgendeine Kaminbombe. Oh Gott, es ist Nacht. Schlafen. Oh, Alter, das ist eine geile Folge. Wenn ich gerade übelst, ist episch. Weil, hallo, im Nether. Da kommen nur die Pros hin. Lass mal das hier rein, so. Alles, was ich jetzt... So. Ich habe noch Fakern sogar. Zack, zack. So. Okay, ich gehe wieder rein. Das hat Spaß gemacht, Lilla. Aber warum... Aber der Gast, der macht mir halt ein bisschen Sorgen. Warte, wir haben heute große Angst vor dem Gast. Ah! Nein! 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 Wieso? Okay, meine Sachen sind da hinten. Bogenspitzsacke. Quarzschwert. Rüstung liegt da unten. Nein! Nein! Los, 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 los. Scheiße! Warum? Die Folge war so schön. Sag mal an, wie du das passt, ey. Machen sie Spackos zu viel Schaden, ey. Die können da nicht. Okay. Komm, sag her, du Manko. Komm her, komm her, hoch. Komm her, komm. Komm, komm. Ich mach mir das jetzt folgendermaßen. Oh Gott, oh Gott. Nein! 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 Ich bin getötet. Okay, okay, okay. Mein ganzes Zeug, mein ganzes Zeug, mein ganzes Zeug. Einsam. So, unten liegt ein Whiskey. Zack. Oh Gott. Die Erfahrung. Wir kommen bis hier wieder hoch. Ja, das ist doch 64 Erde. Ja. Oh Gott, oh Gott, Leute. Ne, da ist schon... Was? Wir sind schon in Herausforderung. Okay, ich hab's. Okay, okay, okay. Gut. So. Boah, Alter, wo ist dieser Gast da, Alter? So viele haben uns richtig Angst, einfach mal. Essen. Essen, essen, einfach nur essen. Dort, nein! Das war ja erstmal eine spannende Folge. Oh, gut, ich bin zu Hause. Oh, fuck. So. Das war ja erstmal eine spannende Folge. Ich würde sagen, dies war schon wieder zu Ende leider Ich würde sagen, mache das mal hier Schluss und bis in der nächsten Folge Bis dahin, tschüssi